Was geht ab Boys & Girls? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Warzone Deutschland. Mein Name ist Chris Diavolo und ich zeige euch die teufligsten Clips der vergangenen Tage. Schnallt euch an! Bitte was?! Bitte was?! Was war das denn Digger? Ach du Kacke! Der kleine Wichser. Ja ja nur noch er und ich. Und das war 5Fat Chat! Das war 5Fat! Das war 5Fat! Weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Jetzt der Heli mit den Loadout-Typen. Komm! Komm zu mir! Chat, das muss einer klippen! Das war der asozialste Teamwipe meines Lebens! Haha 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 Haha! Ohhh Shiek Bro! Oh! Ich muss ihn mal fixen! Legen wir los! No, ein Potsche hier! WUH! Oh, WUH! Wow, wie die Lust, Boys! Was zum Wohl gestern als auch heute zur selben Zeit umgekommen ist. Wo sind Leute ich... Ah lol, what the... Der Typ ist vor mir runtergefallen, ist aus dem Hübel gefallen. Ah komm, wir haben so gesnappt, der ist so low und dann... Im Auto, der ist da wie gestern. Oh mein Gott, oder bitte klippst es, bitte klippst es, bitte... Nein! Boah, stark gespielt. Stark gespielt, holly... Normal! Hat er gut gespielt. Ey, kann man das mal klippen? Er hat selber gesagt, hat er gut gespielt. Oh mein Gott, in game! Hey, da kommt noch jemand! Ey, da kommt noch jemand! Ey, das ist die Box, Digga! Mann! Oh mein Gott! Alter! Kannst du dir raussuchen was du möchtest? Hallo! Ah, das ist die Box! ... als andere loswerf... ... als andere frei werden für alle. Kürst du naig! ... als den Knoll! Den Keller! Ja, Baby! Clip this! Jaaaah! Wo denn jetzt, Boss? Oh, this is on stage. I'm here. I got you. Bounce. Okay, hold on. So, alle gedown. Oder ein neues Team. Neues Team, ja. Das krank geht schon. Der letzte hier bei mir, er ist weak. Er rennt raus. Er kommt wieder rein. Die haben alle self. Muss nachladen. Ne, die haben keinen self. Position, airstrike hier, pass auf. Wenn auch du so nice Clips hast, wie in diesem Video, schick sie uns doch einfach zu. Und noch was, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte den Kanal, lasst ein gefällt mir da und kommentiert, welcher Clip euch am geilsten gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, bleibt sauber und lasst euch nicht abstechen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.